Es geht um eine Metapher, die steht für Offenheit, Transparenz und Ehrlichkeit. Was auch immer Sie gerade vorhaben, bitte unterlassen Sie das. Nackt, das ist also eine Metapher. Herr Rothmann. Interessant. Wofür? Für ausgezogen, entkleidet, entblößt. Herr Rothmann, jetzt bleiben Sie doch bitte mal bei der Sache. Wenn das nicht aufhört, dann müssen wir das hier abbrechen. Oder meinen Sie vielleicht gar nicht nackt? Haben Sie sich vielleicht mit Ihrer Metapher... Herr Rothmann, lassen Sie bitte Ihre Hose an. Untertitelung des ZDF für funk, 2017